Darf ich auch hier die Urkunde verlesen. Die Stadt Krefeld verleiht dem Linder-Nachtwächter-Team den Preis Bürgerschaftliche Selbsthilfe 2018, auch auf Beschluss des Rates vom 26. November. Das ist die Urkunde. Jetzt will die schon mal mit zu dir entgegennehmen. Und den Scheck nehme ich dann dem Nachtwächter mit dem entsprechenden Preisgeld. Das ist ein Nachtwächter-Team.